Weißt du, ich bin da dann noch zu faul zum klicken. Entschuldigung. Ist mir egal. Laufen aber gerade ein paar Wolfs rum du. Ich glaube die wollen den Backup Server beschützen. Der schießt und fragt auf mich. Hinter uns. Boah, ich hätte mit dem Schießen angefangen. Hä? Och, Mann. Och, von welcher Seite? Ich bin down. Aber hier sind Wolfs in der Nähe. Jo. Oh, der hat sich genau neben mich gelegt. Hä, der hofft, dass ich ihn jetzt auch aufhebe. Aha. Nein, willst du wohl... Hallo? Danke. Bitte. Hm. Hm. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob mein Viertel schon wieder fast am Arsch ist. Ja, du hast eingesehen von der Infernung. Und hier ist das voll orange hier alles. Deswegen bin ich im Wärmebild. Ich weiß. Schleifte. Ich weiß nicht. Hä? Das ist extra. Schöne ist. Ach, der hat sich genug. Arschloch, guck dich nie wieder, wenn ich dich abknallen will, es ist unhöflich. Hier ist kein Gas mehr, ah nicht schlecht, ich hab mich doch so ein klein wenig dran gewöhnt. Er zieht mich, ja. Oh fuck, jetzt muss ich nachladen. Oh, der schießt auf mich. Oh, jetzt muss ich auch nachladen. Oh, das Arschloch muss hin, oh fuck. Oh, ich bin schon wieder fast nöt. Okay, ich geh rein. Okay. Kriss Blei, Wichser. Oh scheiße, der Tank. Einer kommt noch auf dich zu. Oh, okay. Oh no, respawn. Ne, ne, ich hab dich vielleicht. Oh. 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 Oh scheiße, wie war das mit Pause machen? Entschuldigung. Gewerkschaftliche Pause. Ach, das war die gewerkschaftliche Pause. Oh. Oh. Oh, ich hab keine Munition mehr. Habt ihr Arschgeigen wenigstens was für mich? Bestimmt. Oh, oh. 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 Das war ja auch super, Baker. Oh, du bist hier extrem weit gekommen. Das war nur die Renn destruction. Das war noch was. Das, was ist so lauf in dieser Seite. Okay, ja. kann ja nicht mal sage ich gebe dir welche ja das funktioniert irgendwie die arschgeigen wir haben nix die anlage wurde zerstört die daten wurden gelöscht das sind sehr gute nachrichten dann können sie kein neues gas sie finden sie ich mache sie platt doch verzweifelte maßnahmen hier das sind wieder so sneaky aufgaben dann streike ich hier vielleicht noch links von unserer position ich mein spi wac da kriegst du wieder neue money ja hab nix mehr lesion nomad hier was haben sie für mich nomad hallo ich habe den standort der letzten ember ruin produktionsstätte ich schicke ihnen die koordinaten bestätigt wie sieht es aus wenn sie die anlage zerstören hat sentinel keine produktionsmöglichkeiten mehr wir sind auf der ziel geraten und ich dachte schon es würde einfach werden ziehen sie es durch ghost sie machen das gut verstanden nomad out ja ja wir dürfen mal wieder die drecksarbeit machen platz eine zahl zwischen eins und zehn acht ich bin jetzt schon wieder aufgefüllt jetzt benutze ich kampf mehr als ferne kam Ich habe Revenant und Fuse, bin ich für Fuse? Revenant! Revenant wäre Kopf, Miss Revenant, die Münze hat gesprochen, genau, so dann mal Hoppi Galoppi dahin gehoppt, hopp hopp, ich kann nicht hoppen, ich kann hier nicht springen, so viele tote Bambis, ich habe keine Gasfilter mehr, ich habe da nicht mehr dran gedacht, dann müsstest du dir nochmal welche machen, okay, Punkt, 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 der hat Münze gesagt, ich bin immer noch für Fuse, das macht ja Spaß, Knüchelcluster! Ah, ich kann hier keine Gasmaske anfertigen. Nee, die kannst du nur kaufen. Aber wozu bin ich jetzt hierher, will die anfertigen? Weil du die auch kaufen kannst da? Echt? Ja. Okay. Da hinten. Soll ich die denn hier kaufen? Da habe ich einen Laden und du nicht... Schatz, ich spiele auf anderem Niveau. Ich habe dieselben Einstellungen wie du. Nein, du hattest ein paar Einstellungen nicht übernommen von mir. Ja, aber ansonsten... Deswegen und dadurch habe ich die Option nicht. Ja. Nicht daraus. Normalerweise habe ich bis jetzt immer die Dinger von den Toten bekommen. Dann müssen wir die halt suchen. Hier ist schon wieder arschgeil. Dann fahren wir wieder da in dem Biwak drinnen, ne? Dann läuft es wieder verlangsamt, ey. Das nervt so. Er ist auf die Idee mit Vulkan gekommen. Also ich war es nicht. Oh, du hast wieder so tolle Leute dabei. Die aus Kuchen. Eie, eie, eie. Sieht sich ja wieder berauschend an. Gestern war das, ne? Wo wir mit... Hm, nee, vorgestern. Gestern haben wir nicht gespielt. Vorgestern haben wir auch mit einem Random immer zusammengespielt. Zwei davon waren okay. Ja, und zwei konntest du in der Tonne klappen. Ja. Ja, der andere blieb nicht, glaube ich. Hm, stimmt. Praktiziere Leben am Limit, ey. Hm. Äh, das sieht irgendwie aus wie unten, ne? Hm. Ah, jetzt unten. Ich finde, ich wollte es nicht. Hier ist eine Station. Mal wieder... Äh, wir müssen nicht sneaky sein. Sehr beruhigend. Oh nein, diese verfickte Lachen, die Hyäne ist schon wieder da. Was? Was? Wo stopfst du denn gerade das mal? Den hinter dir. Hm. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ja hier lag aber ein Gasfilter. Ich weiß nicht ob der bei dir auch liegt. Okay vielleicht hast du den schon aufgenommen. Nee. Bei mir ist null. Zero. Äh. Nein. Einer eurer Jungs wurde getötet. Oh. Arschlo. Hallo. Weißt du was? Ich drehe euch den Saft einfach ab, ihr Scheißdinger. Das hatte ich auch gerade vor aber ich habe hier keine... Ich habe einfach den Knopf gedrückt. Pff. Ich hatte die Gelegenheit. Ich stand hier. Ich packe mal wieder C4 hier in die Ecke. Und wir müssen wieder in ein Gebäude rein? Ja. Irgendwie. Hm. 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 Dann helfe ich mal aus. So. Dann kannst du sogar von der Ferne dann drauf schießen. Hm. Haltest du so? Ja. Ich konnte bloß jetzt keine Granate mehr reinwerfen. Und? Haben doch eh nur mich gesehen. Weil ich bis jetzt immer gleich eine Granate reingeworfen habe. Ah. Der Arsch hat sich vorbeigeschlängelt. Ich bin schonmal geflogen. Ich bekomme den Schilder. Ich bin schonmal geflogen. Da habe ich schonmal geflogen. Ich sollte vielleicht auch mal meinen Filter wechseln. Ich gerade. Ich bin wirklich arg so. Ja. Bewegt die Schweine rum. Allesamt! Oh. 1-2-3-4-3-4-2-4-0 Oh, der flog. Ich? Mhm. Oh ja, klar, jetzt muss ich wieder nachladen. Oh, das muss ich aber auch. Ich habe doch irgendwo eine Tür kaputt gemacht. Hm. Jo, ihr seid so dämig. So von unten? Ja. Oh. Oh ja, oh. Ich passt da. Jetzt sind wir beide gleichzeitig gestorben. Ja, ich habe mich auf die Tür konzentriert, dann hast du mich überholt und ich wusste nicht, dass die gerade von unten nach oben kommen. Ich habe mich nach unten gedreht und dann... Ja. 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 Ja.